In diesem Video erzähle ich über eine Situation, über ein Phänomen, was viele Patienten entwickeln, was zu proktologischen Problemen führen kann oder zum Beispiel Heilung einer Wunde beeinträchtigen kann oder entstehen der chronischen Krankheitsbilder wie zum Beispiel chronische Beckenbodenschmerzen. In diesem Video geht es um den analen Spasmus oder den Beckenboden-Dysenergie. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten, herzlich willkommen in Wuppertal in meiner proktologischen Praxis. Analer Spasmus, das ist ein Phänomen, was uns oft in der Proktologie Sorgen bereitet. Wir sehen das relativ oft und zwar, man muss sich vorstellen, das ist eine Verspannung der Schließmuskulmuskulatur und der Beckenbodenmuskulatur. Das kann verschiedene Erscheinungsbilder haben. Manchmal ist das sehr schmerzhaft, manchmal ist das eigentlich so ganz banal. Nur die Patienten kommen und berichten, dass sie das Gefühl haben, dass der After nicht aufgeht, dass sie das Gefühl haben, dass es etwas eng ist, dass sie stark pressen müssen und, und, und. Und da müssen wir ein bisschen darauf achten. Was passiert oder was ist das eigentlich? Oder wieso muss man das überhaupt in Betracht ziehen oder wieso muss man darauf achten? Eine chronische Verspannung am Beckenboden, am Schließmuskel kann zu Problemen führen. Das kann selbst ein Problem sein und das kann auch sehr schmerzhaft sein. Das kann aber zum Entstehen der proktologischen Erkrankung beitragen, zum Beispiel bei einer Analphissur, weil das auch die Heilung oder die Regeneration verhindert. Wie kommt das dazu? Also man muss sich so Folgendes vorstellen. Wir haben einen in unserem muskulären Beckenboden, wir haben unsere zwei Schließmuskulatur, es funktioniert alles wunderbar. Und es kann passieren, dass jeder Mensch vielleicht mal Verstopfung hat, dass sie vielleicht beim Stuhlgang etwas Schmerzen verspürt, dass sie vielleicht mal etwas pressen und da kann die anale Haut, also die sensible anale Haut etwas gereiht sein und dass sie, ja, wenn der Stuhlgang vorbei ist vielleicht, meistens ist es so, dass der Stuhlgang vielleicht selber nicht so das Problem ist, aber so eine halbe Stunde später, wenn die Wunde anfängt wirklich da zu reagieren, vielleicht so leichte Entzündungsprozesse im After entstehen, aufgrund dieser kleinen Verletzungen, dann kann es sein, dass sie Schmerzen verspüren. Sie können diese Schmerzen bewusst wahrnehmen, aber auch unbewusst, Sie können das auch ausblenden und der Schließmuskel oder auch die Muskulatur in dem Bereich reagiert wie jede Muskulatur, wenn sie Schmerzen hat, die fängt dann sich zu verkrampfen. Wir überspielen das oft, vielleicht nehmen das auch gar nicht so wahr und diese Verspannung kann sich manifestieren. Und dann passiert das auch Folgendes, das bedeutet, wenn der Muskel dann oder die Muskulatur einfach überbeansprucht wird, kann sie sich auch schädigen. Das ist genauso, wenn Sie jetzt eine Hantel nehmen und 500 Curls machen und mit dem Bizeps und dem Gedanken, dass es nach irgendeinem ist, dass wir das einfach wehtun und Sie können auch die Muskulatur schädigen. Aber hier am Bizeps können Sie das auch vielleicht mal lassen, das können die Hantel weglegen. Da unten funktioniert das nicht, denn Sie auch Teil der Muskulatur, im Besonderen den inneren Schließmuskeln, nicht willentlich beeinflussen können. Das bedeutet, dass Sie noch mehr Schmerzen verspüren, noch mehr Schmerzen bedeutet, dass Sie noch mehr Verspannung bekommen und das ist ein Teufelskreis. Wie fühlt sich das an? Es kann zu Proctalgie fugax führen. Das ist führen. Das bedeutet, Proctalgie fugax, besonders Proctalgie fugax nocturna, dass Sie eine solche krampfartige Schmerzen bekommen, die auch plötzlich auftreten werden. Das ist ein Erscheinungsbild. Das können auch zum Beispiel andere Symptome durch diese chronische Verspannung, können auch Nerven irritiert sein, besonders Nervus pudendus. Und da kann das Richtung und Richtung pudendus neuralgie oder Schmerzen am Beckenboden und, und, und. Das kann auch bestehende proctologische Erkrankung verschlimmern, zum Beispiel, wenn die Patienten Hämorrhoiden haben. Das bedeutet, dass der einfach der innere Schließmuskel sich nicht entspannen kann und die Hämorrhoiden sind immer gefüllt, weil der Abfluss einfach nicht funktioniert. Das ist so beim Stuhlgang, können die Hämorrhoiden auch das Blut einfach nicht abtransportieren, also nicht zusammenfallen, sondern werden immer wieder verstärkt rausgeleiert, rausgepresst beim Stuhlgang. Bei Analfissuren zum Beispiel haben wir ein großes Problem, dass sie einfach durch diese chronischen Verspannungen, die Zirkulation des Blutes einfach eingeschränkt ist. Das heißt, die chronische Wunde bekommt wenig Nährstoffe, wenig Sauerstoff und kann einfach nicht rein und deswegen die Situation kann sich verstärken. Also das ist ein relativ großes Problem. Also einmal natürlich auch der Körper spielt eine Rolle. Wir wissen aber auch, dass beim Entstehen dieses Krankheitsbildes auch unsere Psyche unglaublich, unglaublich Einfluss hat. Dieses Phänomen kann man sich noch nicht so gut erklären, aber wir sehen, dass die Patienten zum Beispiel, wenn sie ängstlich sind, wenn sie tatsächlich auch vielleicht eine depressive Verstimmung haben oder vielleicht schreckhaft sind, oder wenn diese Patienten auch sehr gestresst sind, neigen wir dazu, sich tatsächlich auch mit dem Beckenboden Spasmus, also mit der Verstärkung der Verspannung einfach zu reagieren. Was kann man machen? Letztendlich, also Nummer eins, wir müssen natürlich die grundproktologische Erkrankung behandeln, die vielleicht auch dazu geführt hat. Aber ansonsten ist das so, dass wenn wir das diagnostizieren, wenn wir darüber sprechen, dann ist das oft, dass das Problem schon sehr lange besteht. Das ist ein chronisches Problem, das ist schwer dann auch durchzubrechen. Das bedeutet, die Patienten müssen erst mal aufgeklärt sein, damit sie verstehen, was da passiert. Entspannungsübungen sind da gar nicht so schlecht. Das ist so, die warmen Sitzbäder kann man verwenden. Man kann auch Biofeedback-Training verordnen, also dass die Patienten lernen, aktiv den Becken und den Schließmuskel zu entspannen. Das braucht Zeit, aber das funktioniert gar nicht so schlecht. Man kann auch mit Botox-Injektionen vielleicht in manchen Fällen nachhelfen oder spezielle Salben, die die Spannung des Schließmuskels herabsetzen. Also jeder Patient braucht dann eine eigene Therapie. Und oft ist das so, dass wir nicht nur direkt proktologisch tätig werden müssen, sondern auch schmerztherapeutisch. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass die Patienten auch weniger Schmerzen empfinden oder dass Schmerzen ein bisschen distanzieren. Deswegen ist das ein relativ häufiges Problem. Also, wenn Sie diese Warnzeichen verspüren, also das bedeutet, Sie haben das Gefühl, dass Sie eine Engstelle haben. Sie haben das Gefühl, dass Sie vielleicht verspannt sind, so ein bisschen Schmerzen haben. Manchmal ist das so, kann auch Hinweis sein, wenn Sie Luft lassen, dass es auch extrem laut ist. Das bedeutet, dass der Moment vielleicht Muskulatur sich nicht so entspannen kann. Aber denken Sie nicht immer an sowas, sondern das kann tatsächlich was anderes sein. Das bedeutet, wenn Sie diese Warnsymptome bekommen, die auch sehr unspezifisch sind, Sie müssen unbedingt zum Arzt, Sie müssen unbedingt auch zum Proktologen, der sich damit auskennt. Am besten tatsächlich einen Zertifizieren. Weil oft wird das einfach übersehen oder gar nicht wahrgenommen. Leider nichts gegen die Kollegen, die vielleicht das nicht so auf dem Schirm haben. Das ist etwas sehr Spezifisches und das wird leider oft übersehen und gar nicht so wahrgenommen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es am Beckenboden nicht stimmt, also unbedingt bitte zum Arzt, also zu einem Proktologen oder Proktologin. Ansonsten, vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ihr Dr. Edward Carsten.